Hallo und herzlich willkommen zurück bei Armored. Was war das denn jetzt? Ich habe es zu schnell weggedrückt. Armored Core 6, Fires of Rubycon. Wir haben in der letzten Folge ganz schön auf den Sack gekriegt, dank eines, ich würde es mal umschreiben, mit einer aggressiven Tupperdose. Und wir wollen natürlich versuchen, diese Tupperdose irgendwie niederzumachen. Ich muss natürlich direkt rausgehen, also ich konnte leider nicht, könnte leider nicht wieder da starten, aber ich wollte sowieso mal in den Thailand gucken. Wir hatten ja in einem Trainingsabschnitt etwas von Dorsch, Dingsbums, Munition gehabt und ich hätte halt auch gern etwas, was eventuell seine Verteidigung durchbricht, weil wir können ja im Moment nur von hinten angreifen. Und ich schaffe es irgendwie nicht, ihn von hinten anzugreifen. Deswegen ist jetzt erstmal das Einzige, was ich für mich tun kann, dass ich meine Feuerstärke entweder erhöhe und verbessere oder mal mit solch einem Durchbruch-Dings da versuche. Wir haben sehr wenig Geld. Ich habe auch schon überlegt, ob wir jetzt ein paar Missionen einfach nochmal machen aufgrund des Geldes, in der Hoffnung, wir bekommen dadurch Geld. Ich könnte natürlich auch meine Teile verkaufen. Allerdings hätte ich gern alles, um dann eventuell auch im Fortschreiten des Spiels, wenn wir nochmal sowas haben, dass wir uns vorher montieren können oder so, alles zu haben. Dass ich da immer eine Auswahl habe. Plasma gewährt, kurzzeitig Flächenschaden verursacht. Das Laden der Waffe verteilt, das Plasma voll und führt zu mehreren Explosionen. Was ernsthaft? Wir haben eine 87er Waffe dabei? Hä, bin ich dumm oder so? Warum? Gesamte Patronen. Achso, deswegen. Ha, 202. Ich meine, ich kann es mir nicht leisten, aber 87 ist halt echt nicht viel. Ähm, könnte ich was verkaufen? Hmm. Hmm. Hä? 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 Hä, wo sind denn meine Beine? Hä? Warte mal. Ich hab doch zwei Beine, oder? Kann ich die Standardbeine nicht verkaufen? Das ist ja doof. Wo sind denn Beine hier? Ach ja, die kann ich einfach nicht verkaufen. Schade eigentlich. Ja, also ich brauche auf jeden Fall eine neue Waffe. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal... Wir versuchen mal eine Mission zu machen. Im Menus Mission wiederholen spielst du abgeschossene Mission noch einmal. Du kannst dir dort auch deinen Rang für einzelne Missionen ansehen. Rang um Rang es zu erhalten, musst du die Mission abschließen, ohne sie in einem Kontrollpunkt neu zu starten. Du minimierst dadurch auch den erledenen Schaden, die aufgewendete Zeit und die verbrauchte Munition. Ok. Ok. Ach, nö. Oh ne, das mach ich doch mal. Ne, der war kacke. Ne. Das hier war das. Aufräumen. Da gab es halt nicht so viel. Tester AC zerstören Transporthubschrauber zerstören Kampfprotokoll ausstehend Staudammkomplex Wir machen mal das hier nochmal, würde ich sagen Da kriegen wir relativ viel Geld mit unserem Fröschlein Irgendwie hängt es aber mal ein bisschen Ich weiß nicht warum, ich hoffe, dass es nicht Ich werde mit 621 Ich werde mit 621 Ich werde nicht die Redguns zeigen, dass es nicht so schlecht ist So in die Runde. Der Redcon muss sich um einen Freelancer beherrschen. Wer macht einen Scheiß? Wir werden uns selbst behandeln. Ein Target wurde verloren. Hey, Freelancer. Aber niemand hat dir gesagt, warum wir hier sind. Wir realen Redcon werden auf die Wall. Das ist nur Target practice. Aber wenn wir fertig sind, wir bauen die kleine Basis in den nächsten. Oh, das ist ein Flugzeug. Warum nicht? Warum starten wir einen Club zusammen? Und schnapp die schmerzen Mäuze von deinem Alter! Oh, ich bin scho. Okay. Ich bin schockt. Oh, ich bin schockt. Ich bin schockt. Ich bin schockt. Ich bin schockt. Das macht die Frontline-Infrastruktur. Das war das Warm-up. Schau dich an, Maggots! Ich bin schockt. Ich bin schockt. Ich hoffe, du genießt den Spiel, Kinder. Jetzt schockt die Kante nicht. Ist dieser Mann immer zu schockt? Ich bin schockt. Ich bin schockt. Ich bin schockt. Ich bin schockt. Das Wichtigste nicht auf den Rubikon. Ich hoffe, du hast besser als du in Schwierbe. Ah? Okay, wir haben noch nicht so viel Schaden genommen. Okay, jetzt kommt der. Wo ist er? Machen erstmal wieder oben am besten, oder? Okay, gehen wir runter zu denen. Oh! 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 Ich kaufe das Geld. Oh ne, bumme! Oh! 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 Vater, ich weiß nicht, ich habe dich gefunden. Cool. Oh, das ist ein Schall, das hätte ich glaube nicht. Das war doch hier irgendwo, gell? Ach, da ist es. Ich habe 13. Ich lasse das glückliche Telefonnummer für euch. Also ich würde tatsächlich gerne die teuerste Waffe erst mal kaufen wollen. Und das ist demnach die hier. Und die hat halt sehr wenig... Die würde ich halt gerne mitnehmen. Wir können ja dann da oben wieder neu machen, aber 90 ist halt echt wenig. 90, ähm... So. Oh ne, warte mal. Mission wiederholen. Hier haben wir die. Tester AC zerstören. Abgeschlossen. Transport-Hubschrauber zerstören. Ah, war das das Erste? Oder war das das Erste? Wir räumen mal schnell das Raster auf. Das Blöde ist halt, dass der andere einfach geht. Aber... Bis zur Hälfte hilft er uns ja eigentlich. Wir brauchen ja nur draufhauen. Unfair wie nett. Wir brauchen ein bisschen Muscle. An independent Mercenary, huh? At least sie nicht senden die Messberse. Intercepting! Wir brauchen nur mass-produkte T's. Wipe them out, 6-2-1. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Wir brauchen das AC-Pile. Schau, das ist dein Feuer! Der Kerl hat uns durchgeführt. Achso. Achtung! Dinge. Aber ihr könnt mich treffen, ja? Warte mal, da ist noch einer. Doch da oben. Da ist er. Äh, ich bin gestorben. Oh nein, ich lebe noch. Oh oh, jetzt sterbe ich aber. Komme ich da eigentlich hoch? Ja. Au. Ich hab doch endlich. Wo ist er? Ach, da. Ich will nur meine Knarre. Nicht allein. Ach, das war's. Verdammt, ich glaube, wir haben echt viel Schaden gekriegt. Äh. Oh. Hier haben wir sogar B. Ähm, Artilleriestellungen zerstören. Da hätten wir 100.000. Äh, Zusatzbelohnungen hängen von der Anzahl der zerstörten Gegner ab. Ähm. Dann machen wir nochmal die Artillerie und dann haben wir eigentlich genug Geld. Ja. Hoffentlich. Wir sind jetzt ein richtiger, krasser Söldner. Und müssen natürlich unserem Namen gerecht werden. Wenn ich in die Brühe da unten, dann ist sie bestimmt auch nicht so geil, gell? Ach ja. Ist das auch böse? Ne, wird nicht anvisiert. Wir haben einen Corporate Merc! Sie sind schon mit uns. Ich bin ein schweißer. Ich würde natürlich gerne hier alle umlegen, weil... Erstmal gehen sie mir alle von mir ab. Ja, ich weiß. Es ist mir jetzt gerade eben wieder aufgefallen. Nichts könnt ihr. Ich will eine neue Waffe. Ich bin ein Schwerst bei mir ab. Ja, wir gehen jetzt aus. Ich gehe weiter zum nächsten Tor, 621. Ich bin ein Schwerst. 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 Ich versuche jetzt extra mal irgendwie diese relativ viele mitzunehmen. Sind hier noch irgendwo... Da. Ist das geil. So langsam habe ich schon viele raus. Hä? Ist er, lebt er noch? Nee, tot, oder? Ach, hier. Bisschen anvisieren hier. In die falsche Richtung, unter mich. Interessante Stadt hier. So von oben könnte man auch denken, das ist hier... ...von Step Sending. ...defend die Artillerie. Clear out the Artillerie here and our work is over. Wat? Fire! Surround that AC! Show that camera for what makes the liberation front strong. Forced an Ash, we stand as one! So wird das aber nix hier. Mit meinem Geld. Oh! Oh! Geht doch! Geht doch! Oh, jetzt habe ich schon gesagt, wir kriegen nur 33.000. Okay, 127.000 ist okay. Damit können wir uns jetzt erstmal meine Waffe leisten. Und zwar diese hier. Okay. Die hat nur 66 sogar. Da haben wir ja bisher unser Messerchen drauf. Unser Messerchen brauchen wir auch unbedingt. Oh. Das war das Ding, was ich wollte, oder? Verdammt. 124 mal 8 sind 800, 880, 896 oder so. Mit Aufschlag sogar. Ah, da brauche ich mir dann 2, gell? Das hatte ich hier in der, die Laserkanone hatte ich doch. 224, aber die ist halt sehr schwer. Raketenwerfer. Raketenwerfer. Aufkleinert hat sie noch mehr Feuerkraft. Hm. Ich habe mir überlegt, jetzt das hier zu nehmen oder das hier. Aufgrund dessen, dass sie Plasma, Laser. Aufgrund dessen, dass hier die Abwehrsysteme umgeht. Umgehend Deckung oder ähnliche Abwehrsysteme. Ist das sowas? Wir versuchen es erstmal mit dem, verdammt, doch mit dem Raketenwerfer. Gut. Hier könnten wir uns noch ein Kampfprotokoll holen. Zerstörenden Testarzt hier und Defuncore Industries. Hm. Hier habe ich nichts bekommen. Begleitung durch verbindende Fahrzeuge. Warum habe ich da nichts bekommen? Hm. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleib gesund. Und, und, und. Morgen versuchen wir es eventuell noch mal gegen die Tupperdose. Wir gucken mal. Bis dann. Tschüss.